Heute ist einer der Tage, an denen uns alles gelingt. Wir sind schon groß, keines Frage, und können uns trotzdem noch so freuen wie ein kleines Kind. Das Gefühl, wir haben uns selbst übertroffen, wird am Ende dieses Tages unter Wahnsinn verbucht. Komm, wir fliegen, lass die anderen noch laufen und alles wird gut, denn es werden wieder Helden gesucht, die uns am Feuer was vertragen. Und auch langsam, nie zu stolz, sich zu verlieben, denn es werden wieder Helden gesucht, die erst gar nicht danach fragen. Fragen, wie viele? Fragen, weswegen? Fragen, für wen? Hatten wir uns nicht immer verstanden? Das als Beweis für Menschlichkeit. Und manchmal war der Alleingang, vielleicht der goldene Weg im Nachhinein. Unterwegs in unvergesslichen Zeiten, mittendrin am anderen Ende und weit ab davon. Und wer will, der kann uns gerne begleiten, diese Welt war nicht schon. Denn es werden wieder Helden gesucht, denn es werden wieder Helden gesucht, wie unter Feuer was vertragen. Und auch langsam, nie zu stolz, sich zu verlieben, denn es werden wieder Helden gesucht, wie erst gar nicht anders fragen. Fragen, wie viele? Fragen, weswegen? Fragen für wen? Und wir bleiben noch ne Weile unerreichbar, denn zum Träumen ist ein Ende noch viel Zeit. Ich weiß, wir fehlen, war für uns von vornherein klar. Und wir nehmen es uns raus, ein bisschen mehr von dieser Welt zu sehen. Denn es werden wieder Helden gesucht, 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 Frage mich für dich, Frage mich wegen, Frage für dich.